Hallo, heute soll es mal um einen Winterpilz gehen. Ein Pilz, der gut mit frostigen Nächten auskommt und uns immer noch leckere Mahlzeiten bescheren kann. Nämlich der Frostschneckling. Hier alles voll damit. Also wie man sehen kann auch ein Pilz, der durchaus auch häufig auftreten kann. Der Frostschneckling hat ganz besondere Anforderungen an seinen Standort. Und hier haben wir die perfekten Bedingungen. Zum einen haben wir hier einen schönen sandigen Boden. Der Sand ist ein bisschen nass, aber es ist sandig. Und wir haben hier Kiefern. Soweit das Auge reicht, stehen hier Kiefern. Und der Frostschneckling ist eben der Mykorrhiza-Partner von der Kiefer. Deswegen finden wir den oft im Wurzelbereich von Kiefern. Das ist erstmal so eine Art Standort. Aber dann kommt auch noch das Wetter hinzu. Weil das spielt bei dem eine sehr wichtige Rolle. Der Frostschneckling mag es nämlich gerne kalt. Deswegen finden wir den erst im Spätherbst. Und dann im Winter auch. Also auch ein Pilz, den man eben im Winter sammeln kann. Der braucht Nachtfröste am liebsten. Oder zumindest Temperaturen so unter 5 Grad in der Nacht. Und dann fruktifiziert er. Und er ist ja recht klein. Aber dafür findet man ihn dann auch recht häufig. Also wir haben hier einige gefunden. Wir sind hier eben auf so einer Ruderalfläche, die mal intensiver genutzt wurde vor vielen Jahren. Und jetzt einfach nichts mehr mitgemacht wird. Und sowas lieben Pilze immer Flächen, mit denen nichts mehr gemacht wird. Weil jetzt kommen hier überall die Kiefern rausgeschossen. Und dementsprechend auch die Frostschnecklinge. Also man findet den eben auch ganz gut so auf Heiden und sowas. Auch da fühlt er sich wohl. Also das ist der Frostschneckling vom Standort her. Der Frostschneckling sieht auf den ersten Blick von oben betrachtet erstmal relativ unscheinbar aus. Nämlich so. Aber er hat dann doch recht markante Merkmale glücklicherweise. Also zum einen, man sieht es ja schon, es glänzt. Ja, die Huthaut glänzt. Und das heißt natürlich, sie ist auch schmierig. Ja, ziemlich schmierig sogar. Also das haben Schnecklinge oft so an sich. Ja, farblich, wie man sehen kann, ist es ja eher so grau bis braun. Ja, die sind ja auch in der Mitte ein bisschen dunkler als außen in dem Fall. Und ja, es ist so ein bisschen radialfaserig auch die Huthaut. Aber eher minimal. Und innen ist das ein bisschen vertieft auch der Hut bei manchen Exemplaren. Bei dem hier zum Beispiel ist es ein bisschen vertieft. Der hier ist doch eher flach noch. Aber auch minimal gebuckelt. Also so diese Stelle in der Mitte des Hutes ist auch leicht gebuckelt. Ja, dann haben wir sehr markante Merkmale auf der unteren Seite. Ja, man sieht es hier schon. Also wir haben hier doch so Gelbtöne, die sich hier zeigen. Also die Lamellen sind anfangs erst so ein bisschen weißlich, werden dann aber auch eben gelblich. Gleiches gilt auch für den Stiel. Ja, also da zeigen sich jedoch deutliche Gelbtöne. Und die Lamellen, die sind natürlich auch ein ganz gutes Merkmal, weil die stehen verhältnismäßig ein bisschen weiter entfernt voneinander im Vergleich zu vielen anderen Lamellen tragenden Pilzen. Ja, und dann sind sie auch leicht herablaufend, die Lamellen. Also das haben wir ja auch nicht bei so vielen Pilzen immer. Klar, bei Trichterlingen, bei Nabellingen gibt sowas zum Beispiel. Aber ja, eben beim Schneckling auch hier beim Frostschneckling. Der hat eben auch diese herablaufenden Lamellen. Ein sehr typisches Merkmal. Und wenn man die so anfasst, die Lamellen, dann fühlen die sich wachsartig an. So ein bisschen wie Wachs. Also da haben wir ganz gute Merkmale. Spornpulverfarbe ist auch weiß bei dem. Und der Geruch ist fast nicht vorhanden. Also auch gerade so bei der Kälte natürlich ist das immer so eine Sache. Aber fast nicht vorhanden. Vielleicht ganz leicht süßlich, aber wirklich minimal. Da braucht man schon eine feine Nase. Also der Geruch ist dabei eher jetzt nicht so ein markantes Merkmal. Natürlich kann man im Umkehrschluss sagen, wenn ein Pilz jetzt sehr intensiv riecht, also wirklich sehr stark, dann ist es wahrscheinlich eher kein Frostschneckling. So kann man es natürlich auch sehen. Ja, also das ist er so ein bisschen vom Aussehen. Ihr müsst euch natürlich noch weiter informieren. Klar, über jedes Detail ist immer wichtig. Ja, aber so grob, so sieht er aus. Der Frostschneckling ist wahrscheinlich auch ein Heilpilz. Aber der ist auch noch nicht so viel untersucht worden in der Richtung. Also wir haben da eine Studie finden können. Die wurde mit Mäusen gemacht. Und da wurde eine Antikrebswirkung gezeigt. Ja, bei zwei verschiedenen Krebsarten. Bei Mäusen, wie gesagt. Ja, also das wäre eine Studie dazu. Ja, wir haben jetzt hier direkt einige gefunden. Also das geht bei dem manchmal dann doch auch recht schnell. Ja, ist ein bisschen eine schmierige Angelegenheit. Hier müssen wir gleich in den Korb legen. Ich kann die kaum in der Hand behalten. Ja, ist halt schleimig. Aber man kann sie ganz gut zubereiten. Einfach in die Pfanne hauen. Ja, da macht man nichts falsch. Schmeckt sehr gut. Ja, ist natürlich auch schön jetzt im so im Spätherbst, Winter. Da ist die Konkurrenz an Sammlern ja dann doch wieder sehr bescheiden mittlerweile. Also das geht dann echt schnell. Zack, Oktober vorbei. Kein Mensch mehr im Wald. Wunderbar. Da findet man natürlich dann umso mehr. Ja, gesundheitsförderlich scheint da ja auch zu sein. Also was will man mehr? Super Pilz. Und hier haben wir schon gesehen, also hier unten, da geht es gleich weiter. Jede Menge Frostschnecklinge noch. Also ja, eben hier großes Auftreten von den Guten. Und dann werden wir die mal sammeln und uns dann wieder auf den Weg machen. Also dann bis bald.